ein wunderschönen guten tag mein name ist der jj das hier ist watchdogs 2 du hast eingeschaltet weil du warten willst dass die tür aufgeht super den erfolg hätten wir schon mal erreicht ja herzlich willkommen zurück neue folge wir wollen ein bisschen mit graffitis rum schmieren aus gründen gegenwahlmanipulation dann nehmen wir mal hier den wagen zwischen mir ist wieder so eine blöde klettereinlage wie wir am anfang schon mit zitera und dem ganzen gedönse haben machen müssen vielleicht wäre es auch gar nicht so verkehrt dieses auto ist schlimm den weg zu markieren denn ganz ehrlich kenne mich in san francisco nicht aus das feste nur auf der busspur oder ist es hier auch so dass man als fahrgemeinschaft die busspur nutzen kann da habe ich mal was in dem hörbuch gehört gehört so jetzt müssen wir da irgendwie hoch kommen noch geld danke hilft uns diese kamera hilft uns diese kamera hilft uns dieser kran warte mal also denk behalt das da rechts mal kurz im hinterkopf das werden wir uns doch dann auch gleich noch mal anschauen wenn wir wenn wir hier die verunstaltung beendet haben wo sitze ich denn also da perfekt perfekt ja halt die klappe ich schaue direkt zum riesigen abgeordneten franz auf der reklame wand los geht's ja ich hab's ja befürchtet hey ach so b hoppala eine ferne bedienung wäre übrigens viel praktischer markus als da immer sein laptop auszuholen aber hey hey ich meine das ja bloß kein grund gleich aggressiv zu werden ach so von dieser seite ja gut graffiti hinzufügen add layer ach nein stinke pupshaufen so und was war jetzt das dahinten kommen wir da irgendwie rüber vielleicht mit dem kram jetzt weiß er dass wir hinter ihm her sind wunderbar ein ganzes mitglieder arbeitet als was anderen anzeigen klasse inzwischen habe ich ein paket für den server geschnürt trifft mich draußen verhindert und ich erklär's dir klar bis später sehr gut aber ähm jetzt müssen wir mal kurz eben so folgen dies nein 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 wo war's denn jetzt da hinten ach so warte das können wir doch bestimmt noch auf der nudelmappe sehen oder das ist operationsinfo missionen fortschritt operationen findet man überall in der bay area also ne das wollen wir nach dann doch noch nicht machen äh oh das wird etwas optimistisch besonders optimistisch ja das weißt du was erst mal ein auto holen ach schon ich hab keine zeit für sowas aus dem weg arschloch ach jetzt geht's na toll das geht schon wieder los ja äh wir nehmen den hier hanschuhfach geplündert fitnessarmband also mit fitness am baumsteiger ja das ist viel besser so ich bin auf der busspur guck mal können die nicht lesen oh boah ha 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 ah danke schwachen fahrzeug für sie du hilfst mir immer wieder so bremsen und davor rum und sie wird zu doll gebremst und 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 die anzeigetafel war super wir wollten eine reaktion wir haben eine reaktion ja wir haben eine mail von france an seine leute erwischt er ist mächtig angepisst er fordert ein gesetz gegen Gruppen die über die Möglichkeit verfügung der geschützte anweisungen und handlungen offen zu legen das sind wir klingt nach etwas das in weit unterstützen würde das ist ein grund dafür dass sie für es helfen du musst dich ins büro der geschäftsführerin hacken mary catskill und hier ist ein expert der eine backdoor zu ihren servern öffnet noch ein usb mit denen könnte ich einen laden aufmachen den solltest du nicht verkaufen also dann in bei mut backdoor in weit server das sind ja tolle neuigkeiten na klar sohn ist mein lieblings dienst am laden okay warte mal kurz so vielleicht habe ich jetzt gerade die performance probleme ein bisschen in den griff bekommen wer hat denn hier okay das ist praktisch das ist auch praktisch da ist die kamera zugangsschlüssel erhalten und hier war doch immer noch so ein hansel mit mit einem ach so ne ist vorerst ich verstehe so wollte ich machen das schaffst du doch gut okay mach doch was nicht guten tag auf jeden fall haben wir es jetzt geschafft 24 meter da unten das ist wahrscheinlich server und da oben ist dann so hier geht es in den keller das ist doch schon mal super wir haben auch alle informationen die wir brauchen und mit etwas glück so 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 Alter Schwede, Alter Schwede, okay, hier läuft das so, hier läuft das so, nein, nein, okay, hier läuft das so, hier läuft das so, der so, so, ne, hm, wie kommen wir denn jetzt hier an Strom, achso, indem wir hier einfach mal drehen, ja, 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 das passt, so, ja, perfekt, okay, hu, dann drehen wir den hier auch nochmal so rum, der ist so, das ist okay, gut, dann machen wir das so, und so, und hier machen wir das auch, so, achso, Mist, äh, so, okay, wunderbar, gut, und geschafft, und runterladen, das wär's dann schon mal, Okay, so, jetzt müssen wir mal sehen, dass wir hier irgendwie... ...zapf das Telefon der CEO an, schon auf dem Weg... ...zapf das Telefon der CEO an, schon auf dem Weg... ...zapf das, dass wir hier irgendwie noch... ... ذōuaaaaaah... ... Ok, gut, das, äh... ... hä, wird... Was muss ich denn damit machen? Physikalisch hacken? Wahrscheinlich, ne? Ach Mensch. Ich möchte doch nur sehen, was ich da zu tun habe. Oder reicht es da, wenn ich mit dem Jumper reinlaufe, fahre, viel mehr. Ach, wir könnten es mal probieren, ne? Dann, äh, jupi! So, aus. Gut, wir müssen da hin. Äh? Ach so. So, ich brauche nur einen kurzen Punkt ablenken. Und... Ja, kann nur Marcus machen, ja? Lass mich verarschen. Ja, kann nur Marcus machen. Dann holen wir den mal zurück. Aber der Weg war ja einfach. Den ablenken. Den ablenken. So. Den ablenken. So, mach ich den mal zu. So. Ist da jemand? Hallo, mach ich mal schneller. Was bist du für ein Hacker? Was bist du für ein Hacker? Ist das Ziel erfüllt? Angezapft. Wir zeichnen alle ihre Gespräche auf. Wir hören alles, was sie sagt. Okay. Und jetzt nicht, wir raus da. Ja, gerne. Kann sich gar nicht vorstellen, wie gerne. Ja, bin schon weg. Hilfe. Hey, aufpassen! Ja, ich passe. Lass mich. 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 Und... Puh. Mission abgeschlossen. Ja, gut. Sehr gut. Da gibt's nicht so viel für. Da gibt's nicht so viel für. Äh. Okay, bin raus. Josh ändert gerade den Invite-Algorithmus, um Thrust zu schaden. Hey, eine der anderen Kandidaten hält eine Wahlkampfveranstaltung vor dem Rathaus. Ich könnte dich ja da treffen. Cool. Aber... Hä? 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 Du kennst mich. Mehr Algorithmen, mehr Probleme. Hä? Schon klar. Meldest du dich mal? Du bist auf der Liste. Nein. Also, ne, was ich sagen wollte, war, danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag oder was auch immer ihr noch vorhabt. Und, äh... Mir bleibt nur noch zu sagen. Macht's gut und bis denn. Euer Herr Higertja. Ciao! Ciao!